Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie die Einschlagankermontage mit so einem Setzwerkzeug hier funktioniert und wie man den Schlagankern somit auch richtig in Beton setzen und vor allem auch montieren kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. So ein Einschlaganker besitzt ein Innengewinde und wird meistens in einer Betondecke befestigt, um daran zum Beispiel an einer Gewindestange eine Rohrleitung abzuhängen. Ich werde das Ganze einfach mal im Boden befestigen, was natürlich genauso funktioniert und mein Einschlaganker hat ein Gewinde von M8, bedeutet ich muss laut Hersteller hier mal ein Bohrloch mit 10 mm bohren und da die Länge jetzt genau 30 mm beträgt, werde ich einfach mal das Loch ca. 33 mm, also einen Ticken tiefer bohren. Die Bohrtiefe ist richtig eingestellt und jetzt natürlich die Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Gehörschutz und Schutzbrille nicht vergessen, dann können wir auch schon loslegen. Danach den Bohrstaub aus dem Bohrloch mit so einem Blasebalk entfernen und wir können den Einschlaganker in das Bohrloch hineingeben, dass dieser bündig mit dem Boden sitzt. Bei mir schaut das auf jeden Fall gut aus, sonst weiß der irgendwie spießen sollte, dann natürlich mit einem Hammer noch mit Gefühl etwas weiter hineinklopfen. Damit sich der Anker im Beton richtig verkeilt, müssen wir den innenliegenden Stift noch ordentlich hineinklopfen, dass der Anker hier unten drin sich somit auch spreizt. Bedeutet, wir benötigen mal ein spezielles Setzwerkzeug und da können wir jetzt mal ordentlich mit einem Hammer beziehungsweise mit einem Fäustling hier oben draufhauen, so lange, bis man vom Gefühl her einfach merkt, dass der Anker hier unten wirklich bombenfest sitzt. Normalerweise erkennt man das auch relativ gut am Geräusch und danach können wir auch mal unser Gewinde schon in den Einschlaganker hineindrehen und wenn gewünscht am Beton einfach mit einer Beilagscheibe und so einer Mutter hier ordentlich kontern und somit haben wir auch schon einen Einschlaganker richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause Einschlaganker oder natürlich auch ein Setzwerkzeug in den verschiedensten Größen, einen Ausbläser oder auch einen Akkubohrhammer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon für Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.